So, Matt macht das selber, findet Matt Thomas, eine Sekunde auf der Shotglock, und der Dreier, Malte Dedo, mit dem Stil. Das war jetzt dann doch ein Pass zu viel von Hamburg, da hätte einfach der eine oder andere mal werfen müssen. Ja, der hier heute noch ein bisschen unglücklich ist. Oh, toller Stil von Matt Thomas, findet Justin Bean. Das Spiel USA-Litauen ging übrigens gerade zu Ende, und Litauen hat das total abgezockt runtergespielt. Der Pass von Matt, leider. Und der sitzt. Der Pass Russian-Island sitzt. Kommt. Stil. Planmännis.